Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei 13. Äh, wo ist 13? Vote Nummer 1. Die hab ich auch noch nicht gespielt. Zislisch vote. 1. 3 in the chamber. In the chamber. Ja, bei 1 in the chamber. Bei 13. Willkommen bei 13. Oder bei Oikt. Mit, ähm, mit wen haben wir denn? Chamosial. Der wird rot angezeigt. Ich weiß nicht, ach, das ist ne sie. Ein Teletubbie-Outfit. Schon wieder? Irgendein Drache oder so. Ist die das hier? Ist die das? Ist das ein Teletubbie? Ah, nein. So ein grüner. Oh, ein Drache. Soll ich mit dir das auch mal? Nein. Ist das ein Drache? Denn das ist ein Admin oder so? Ja. Das würde nicht rot angezeigt werden, oder? Oder ein VIP. Aber VIPs werden doch nur orange und blau, also hellblau angezeigt. Ich weiß das nicht, ich kann dir das nicht sagen. Aber ich kann dir das sorgen. Wo bist du eigentlich? Da, wo du nicht bist. Steht da Homo-Craft? Ne, Hanno-Craft. Was? Was? Hero Squid. Oh, mein Gott, ehrlich gefunden. Die Pizza 12. Die Pizza 12. Nice Job, Alter. Nice. Nice. Ich würde mich niemals die Pizza 12 nennen. Doch, ich kauf mir noch einen Minecraft-Account, dann nimm mich auch so. Ich bin dann die Pizza 13 oder so. 13. Nein, du bist die Pizza 18. Wegen der im Alter. Achso. Ja, das hält sich aber auch nicht ewig. Ja, aber dann musst du jedes Jahr einen neuen kaufen. Ist doch logisch. Klar. Ja. Läuft bei mir. Jedes Mal zum Geburtstag, ja. Ich kriege übrigens das YouTube-Buch geschenkt. Das ist neu. Was für ein YouTube-Buch? Das neue YouTube-Buch. Oh, das ist ja ein richtig geiler Camper-Platz hier bei mir. Kriege ich von Mediakraft geschenkt. Weil sie so groß sind und so. Tot? Alter, ist das ein geiler Camper-Platz. Nice. Nice. Nein. Digga. Warst du das? Weiß ich nicht, kann sein. Nein. Warum nehme ich mich nicht auf, Mann? Das sah so traumhaft aus. So ein traumhaft, Alter. Digga, ich stand ganz unten vor mir. Ja, ja. Skiller, Junge. Skiller. Ja, ja. Entschuldigung. Du hast noch kein Klapp. Aua. Wollte ich dir nur mal sagen. Aua. Vorbei. Digga, ich ziehe die gerade aus dem Weiten weg. Ich kämpfe gerade gegen die Pizza. Die Pizza 12 ist, ich bin tot. Ich darf nicht so rumschreien. Verdammt, warum erhinderst du mich nicht? Äh, ich schreie selbst rum. Kann vielleicht daran liegen. Aber ich... Tot! Skiller! Hä, warum kann ich dich nicht schlagen? WTF? Hier fliegen Pfeile. Alter, mir fliegen Pfeile um die Ohren. Was ist da los? Alter, das ist bestimmt so ein Skiller, Alter. Das ist bestimmt so ein Skiller. Ich bin im Kreuzfeuer. Ah. You are dead. Dead! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich kämpfe gegen Hanno Kraft. Ein, ein episches Battle. Und ich bin tot. Das gibt's nicht. Doch. Ich muss mich eindeutig noch ein bisschen skillen. Und meine, die Musik ist zu laut. Aber ich kann gerade, kann sie gerade nicht leiser drehen. Bitch! Bitch! Habe ich jetzt auf Menü geklickt? Nein. Ist tot? Nein. Ich? Nein, ich. Äh, nein, ich. Nein, ich bin noch nicht tot. Ich habe jemanden getötet. Nein! Schade. Nice. Oh! Nice. Läuft bei dir. Bei mir. Läuft bei dir? Läuft bei dir? Läuft bei dir? Stimmt immer noch zu laut. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Du bist der Erste in der Liste. Echt? Ja. Digga. Alter, wie schluckt der mich? Heroes Quit. Nie im Leben. Wie cool ist der denn? Achso, du guckst mir zu. Ich guck dir zu. Ich habe noch zwei Leben. Ja. Ich habe noch zwei Leben. Ich mache jetzt Screenshot von dir. Warte! Oh, warte! Vor dem Sonnenuntergang. Alter! Wie geil ist das denn? Wo ist der? Ich bin ein bisschen weiter hoch auf dem Berg. Achso. Ja, da ist jemand auf dem Berg. Du bist ja witzig. Boah. Episch. Ich lasse ihn einfach mal weg. Digga, was ist mit mir los? Boah, warte. Digga, was ist da los? Bleib doch mal so stehen, Junge. Ich will Screenshots machen. Ah. Vor Screenshots. Okay, der war kacke. Oh, der war geil. Also, mein Screenshot jetzt. Oh, jetzt hat es zu Ende und ich hatte noch zwei. Oh. No. Oh. Wieder 13. Ähm, wie viele Minuten haben wir denn? 5 Minuten? Joa, können wir nochmal 13 machen? Ne. Machen wir nochmal. Und ich sollte nicht so viel Eistee trinken, Alter. Ich muss pinkeln. Ja, das ist ein Problem. Ich muss so verdammt das pinkeln. Das ist ein Problem. Ich glaube, das ist noch der letzte Eistee von heute. Wann haben wir aufgenommen? Ähm, ja. Ne, Mittag. Heute Mittag. Heute Morgen hat sich ja... Ja. Wo sind die eigentlich, die anderen? Ich glaube, wir sind allein. Ich kann das. Warum hab ich immer noch zu hab? Ja, wir waren alleine. Ups. Äh, 16. 16? Jetzt sind wir noch 3. 4. 4. 1. 1. 1 hat mir richtig viel Glück gebracht, eben. 3 in the chamber. Ja. Das ist ne schnieke Map. Ne schnieke Map. Und wie sehen die Bauten hier so geil aus? Warum bauen wir sowas nicht in Tech Town? Weil... Wie schlecht sind wir? ...wir uns nicht auf das Bauten konzentrieren, wollt ihr sagen. Ja, das ist unser Fehler. Ja. Ich hab mal Bäume gepflanzt. Ja, oh, Spoiler. Ja, Spoiler. Ich habe... ...das mit der... ...mit dem Filler übrigens... ...so ein bisschen hinbekommen. Uhuhu. Wieder. Naja, es lief hier vorher nicht. Ich muss... Ich muss ja gucken, ne? Du musst das ja cheaten. Ja, wir wissen das. Ich mach Bad World Elite drauf, Alter. Kotze mich an, dieses Scheiß. Ich hab mir das Buch die ganze Zeit. Warum? Keine Ahnung. Ich hab lange weiter. Noch eine Minute. Ich kiss nach, du pisst, Alter. Hey, ein hide and seek. I saw this dude with his penis showing it was weird. Ja. Was? Was? Er hat seinen Penis in hide and seek gezeigt. Verstehst du? Hide and seek. Alter. Bin ich schon... ...schlecht. Finde ich schon lustig. Nein, er ist schlecht. Nein, finde ich jetzt schon lustig. Er ist schlecht. Oh, nur Cedric. Ja, Cedric. Patrick. Patrick. Bo. Boah. 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 Nein, das ist ja Patrick. Das ist ja ein Seestern. Wie macht er das? Das hat sich angehört. Wie ein Huhn, Alter. Ja. Sollte es ja auch. Achso. Alter, wie soll er nur in Patrick rumstehen oder? Drei. Drei. Zwei. Eines. Und jetzt geht's los, jetzt geht's los. Skill, skill, skill. Will ich sehen. Ah, ich sehe Patrick. Was? Ich will übrigens unsere Skins in jedes Thumbnail einbauen. Aua. Digga, digga, digga. Was ist hier los? Ich hab Patrick, Patrick, Patrick. David. Der hat mich getkilled. Dead. Dead. Alter. Oh, geil, geil. Skill Shot, Alter. Skill Shot. Skill Shot. Also, ich bin dabei aufgestraubt, aber. Digga, bleib doch stehen. Oh, bitch, please. Botch, place. Ich hab aber Angst, dass jemand hinter mich ist. Ich bin gleich wieder tot. Ich bin so sch... Ja, spawned. Nein, nein, nein. Ich bin im Wasser. Oh, digga, digga. Der war so schlecht. Der war so schlecht. Digger diga 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 digaigeri Ach der ist noch nicht tot Ich weiß nicht Ich habe irgendwie gerade so einen Energieschub den ich heute ihren ganzen Tag noch nicht hat Nein Eistier ist das nicht Oder Es ist es weil ich pinkel muss Ich bin tot Die ganze.. Was? Jetzt für immer? Nein, ja Echt? Es geht echt schnell Alle 5 leben Verarsch mich doch nicht Ich habe gerade mal 4 Ich weiß nicht ich bin.. ich muss jetzt echt mal üben aber ich hatte auch keine Zeit. Ich habe es auch noch nicht gespielt bis eben gerade. Ja, ja, ist klar. Es ist wirklich so. Er hat auch ein paar Runden. Digger, 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 digger. Stell mir gerade zu? Ja. Episches Bettel-Dureobst-Tode. Scheiße. Indonesia. Das wäre schwer enttäuscht, man. Fall mehr. Echt? Tut mir echt leid. Fack. Ähm. Hast du nicht gesehen? Ich glaube, ich war ja daneben. Fwo. So ging es mir auch. Ja. Den Lucky schaut an, Alter. Ob ich den treffe? Oh, ich schlag ihn. Ja. Ui jo. Der hat noch Fall. Ich seh ihn. Ui jo. Komm her mit deinem Fall, Alter. Komm her. Was? Komm noch her. Kommst du. Der hat noch Fall. Der hat noch Fall. Wo bist du? Kacke, jetzt hab ich verkackt. Jetzt hab ich verkackt. Bist du tot? Bist du tot? Nein. Bist du tot? Nein. Bist du tot? Fuck. Ach, da kommt ja einer. Ja, ich bin tot. Oder? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Digga, ich hab ihn. Ich bin tot. Kann man ja eigentlich über die Welt rüberfliegen. Ja, kann man. Alter, die Wolken sind ja aus Spinnennetzen gemacht. Geil, oder? Das ist übelstriesig. Ich muss mir die mal kurz in meinem Shader angucken. Ich hab den ja drinnen, aber nicht aktiviert. Nicht aktiviert. Dann. Dann zieht schon. Wie viel FPS? 65, 58, 56. Und das geht ja. Das läuft ja. Geht ja. Alter läuft bei dir. Leid oder normal? Jetzt geht's. Soweit ich auf die Map runtergehe. Eher leid. Ja, 45. Ja, best. Ja, ich spiele auch mit 34, 39 FPS. Oh, das reicht. 47, 42. Aber ich spiele mit dem normalen. Ja, nur 30. Mit dem Watershader halt auch noch. Ach so. Warum läuft der jetzt auf einmal so? Oh, ist der hell. Leck mir doch die Eier. Ich, 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 ich. Leute, ich glaube wir machen erstmal Schluss für heute. Jep. Äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Hide and Seek oder One in the Chamber oder sonst irgendwo. Genau. Und immer schön dran denken, nicht so viel Eiszee trinken. Ist es richtig, dass, äh, äh, was macht das denn, ne? Ja, davon muss man pinkeln. Das ist schlecht beim, äh, One in the Chamber zucken. So. Bis zum Bescheiden. Ne, eigentlich ganz gut. Ich hab ja einen neuen weggerotzt. Es ist gut beim Hide and Seek spielen und beim One in the Chamber spielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ich bin, äh, durch für heute. Jo. Tschüss.